Da Sie wahrscheinlich nun erfolgreich den ersten Teil bzw. den erweiterten Teil des Echtzeitbetriebes angesehen haben und durchgeführt haben, kommen wir nun zum letztendlichen Start von Wabi Profi 3. Das heißt, Sie machen einen Doppelklick auf Ihr Icon und kommen nun direkt in die Erststartinformationseingabe. Hier legen Sie Standardinformationen fest. Haben Sie einen Import aus Ihrer bestehenden 1.9er Version gemacht, sind Informationen wie erste Wohnnummer, erste Rechnungsnummer, Kundennummer usw. bereits vorhanden. Da müssen Sie gar nichts machen. Haben Sie allerdings ein Fremdsystem gehabt, von dem Sie natürlich keinen Import machen konnten, müssen Sie, wenn Sie es so haben wollen, sagen, okay, was war denn meine letzte Wohnnummer meines Fremdsystems. Wenn Sie zum Beispiel, keine Ahnung, Software 1.2.3 hatten, mit der Sie vorher kassiert haben, und Sie sind jetzt auf Wabi Profi 3 umgestiegen, dann müssen Sie nachschauen, was war dort meine letzte Wohnnummer. Wenn dort die letzte Wohnnummer 500 war, dann müssen Sie klar jetzt hier 501 eingeben. Genauso ist es natürlich mit den anderen Informationen. Sollten Sie keine Software vorher benutzt haben, geben Sie hier überall 0 oder 1 ein. Was wichtig ist, sind die Kontoinformationen, denn Wabi Profi 3 kann EC-Zahlungen, Checkzahlungen, Kartenzahlungen oder Lastschriftzahlungen natürlich separat auf diverse Konten verbuchen. Wenn Sie sagen, ich habe das sowieso nicht getrennt, ja dann ist es kein Problem. Sie gehen auf Konten verwalten und legen nun ein neues Konto an. Ich empfehle Ihnen zum Beispiel, das Ding Geschäftskonto zu nennen, und das muss in diesem Fall ein Girokonto sein. Der Inhaber bin ich natürlich, also Ihr Name. Dativ-Konto-Nummer, dann brauchen wir jetzt hier nicht, ist jetzt nicht unbedingt zwingend relevant, können Sie auch im Nachhinein noch abändern. Was ist das? Jedes Konto hat beim Steuerberater eine sogenannte Dativ-Nummer. Diese Dativ-Nummer können Sie natürlich erfragen, aber können Sie auch im Nachhinein eingeben, ist jetzt nicht so relevant. Was wichtig ist, Informationen für Kontonummern, Bankleitzahl müssen Sie jetzt eingeben. Und zwar nicht irgendwie ein Beispielding, sondern Echtzeit-Dinge, weil Sie wollen ja auch in Echtzeit arbeiten. Deswegen empfehle ich Ihnen, die Dinge, die auch real sein sollen, müssen auch real eingegeben werden und nicht dann irgendwie wieder so ein Zwischending, ja, ich gebe jetzt mal nur 1, 2, 3, 4 ein, aber meine Kontonummer ist ja eigentlich eine andere, die ich später irgendwann mal ändere. Das vergessen Sie. Machen Sie es bitte gleich. Also, ich mache jetzt trotzdem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ist ja egal. Und ich gebe irgendeine Kontonummer ein. Okay, ich werde sagen, hä, wo hat das denn so schnell her? Ist ja Bankleitzahlendatei hinterlegt. Auch im Zuge der kommenden SEPA-Nummern wird ab nächstes Jahr hier natürlich eine SEPA-Datenbank zur Verfügung stehen. Okay. Informationen wie IBAN und BIC bitte gleich eingeben und hier könnten Sie eine Beschreibung eingeben. Das ist mein Konto, ein tolles Konto, Geschäftskonto für EC-Zahlungen, wie auch immer. Naja, Hilfe wollte ich jetzt nicht aktivieren. Okay. So, dann speichere ich das Ganze. Das Konto ist natürlich relevant für Auswertungen, klar. Und sage Speichern, ja. Nun müssen Sie oder sollten Sie einen Anfangsbestand eingeben, den Sie aber später auch eingeben könnten. Wenn Sie sagen, ich beginne zum 1.8. egal, geben Sie hier einen Kontobestand ein, im Haben oder im Soll und sagen Übernehmen. Wenn Sie verschiedene Konten haben, die für Sie wichtig sind, denn Wabi Profi 3 bucht nicht einfach irgendwie wild, sondern erstellt einem immer eine Buchung und eine Gegenbuchung, so wie es halt der Steuerberater auch macht. Das hat zur Folge, dass immer ein Empfänger- und ein Absenderkonto da sein muss. Beispiel. Ich verliere mich jetzt zwar, aber ich will Ihnen einfach einen Überblick geben, wie das Ganze funktioniert. Und ich bitte das hier nach sich zu üben. Ich will einfach, dass Sie es gut verstehen und damit Ihnen die Dinge klar sind. Okay. Beispiel, ich nehme jetzt 100 Euro aus der Kasse raus, habe ich einen Absender und trage das aufs Geschäftskonto, zahle das dort ein. Das heißt, ich habe eine Entnahme aus der Kasse in Höhe von 100 Euro und einen Eingang von 100 Euro auf unser Geschäftskonto zum Beispiel. Das heißt immer Konto und Gegenkonto. Okay. So, wenn Sie mit der Anlage Ihrer Konten fertig sind, wählen Sie die dementsprechenden Konten aus, die relevant sind für die dementsprechenden Zahlungsarten. Bei den meisten Leuten ist es immer das gleiche Konto. Okay. Personal anlegen ist der nächste Punkt. Hier haben wir nun eine Liste mit angelegten Verkäufern oder importierten Verkäufern. Wenn in Ihrem Beispiel der Max Mustermann dasteht, ja, dann ist es ganz einfach, dann gehen Sie auf Ändern. Das heißt, Sie legen nicht einen neuen an, sondern der Max Mustermann ist einfach ein Test, ein Testpersonal, weil ohne angelegtes Personal haben Sie null Zugriff auf das System. Klar, weil irgendeiner muss administrative Rechte haben. Deswegen ist bei einem normalen Erststart immer der Max Mustermann als Personal da. Den ändern Sie einfach ab. Wir sagen einfach mal, das ist jetzt der Max Mustermann. Den ändern Sie ab auf Ihren Namen. So, ich sage jetzt mal, das bin ich. So, und jetzt bin ich schon so weit. Jetzt bin ich schon so weit, dass ich meinen eigenen Namen nicht mehr schreiben kann. Ich sollte jetzt nach Hause gehen. Okay. Den ändern Sie ab und sagen Speichern. Ja. Dann sollten Sie natürlich den abgeänderten Namen, wenn er noch nicht in der Verkäuferliste hier eingetragen ist, auch eintragen. Dann können Sie draufklicken und sagen, Reinhard Müller, also das heißt, das, was Sie gerade abgeändert haben, als Verkäufer eintragen. Hier können Sie natürlich Ihr ganzes Personal anlegen, vom Hausmeister bis zum Putzfrau über den Verkäufer. Dabei können Sie unterscheiden, ob der jeweilige Benutzer ein Softwarebenutzer ist und Sie können dann sagen, ob das jeweilige angelegte Personal auch ein Verkäufer ist. So weit, so klar. Benutzerrechte wäre in dem Fall wichtig. Ich sage jetzt mal, der Müller-Reinhardt, den wir jetzt gerade angelegt haben oder beziehungsweise geändert haben, darf alles. Und ich sage übernehmen. Das reicht jetzt mal für den Anfang. Systemeinstellungen und Adressdaten kann man jetzt sofort machen, muss man aber nicht. Jetzt sind wir wieder bei dem Satz, okay, man sollte vielleicht Dinge gleich tun, wenn man es eben macht. Das heißt, Sie klicken auf Adressdaten und geben dann hier Ihre Daten ein. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf OK und Ausgang. Nun, was unter Punkt 6 jetzt noch wichtig ist, sehen Sie Kassenbestand aus alter Buchhaltung. Wenn Sie einen Startdatum mit Wabi Profi 3 planen, dann müssen Sie natürlich auch sagen, pass mal auf, ich habe einen Kassenbestand gehabt. Den können Sie aber auch noch im Nachhinein eintragen. Wir sind fertig mit unserer Erstangabe und sagen nun Einstellungen speichern und Wabi Profi 3 starten. Wir bestätigen die Abfragen. Und nun haben wir eine Liste mit unseren Verkäufern oder mit unseren Personal, Softwarebenutzern. Wir wählen es aus und sagen Login. So, vielleicht haben Sie es gehört, gerade hat das Telefon geläutet. Toll, während der Aufnahme. Egal, Let's Live, das muss einfach sein. Sie haben jetzt erfolgreich Wabi Profi 3 für den Erststart eingerichtet. Das bedeutet, wir haben jetzt alle Informationen vorliegen, dass wir sagen können, wir können damit beginnen. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf verweisen, unter Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen haben Sie die dementsprechenden Konten, die Sie angelegt haben. Wir haben hier eine Kasse, ein Geschäftskonto und wir haben eine Eröffnungsbuchung. Eröffnungsbuchungen sind in der vorletzten Spalte mit dem Flag, also mit der Kennzeichnung E, deklariert. E bedeutet Eröffnungsbuchung und nur Eröffnungsbuchungen können in den Konten- und Buchungsformular geändert werden, indem Sie hier auf Eröffnungsbuchung ändern klicken. Dann könnten Sie sagen, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ich habe einen Anfangsbestand, weil wenn Sie nämlich das System im Vorfeld schon einrichten, als Beispiel Sie beginnen zum 1.8. und am 20.7. richten Sie das System aber schon ein, ist Ihnen ja der Kassenbestand zum 1.8. noch nicht bekannt. Demzufolge muss es möglich sein, den Eröffnungsbestand zu editieren, also zu verändern und das bietet Ihnen die Wabi Profi 3 auch unter Anwendungen, Buchhaltung, Buchungen, das dementsprechende Konto auswählen und dann einfach Eröffnungsbuchung klicken, die im Übrigen automatisch erzeugt wird und hier dann den Anfangsbestand, wenn es eine Kasse ist, laut Kassenbuch vom letzten Tag im Monat 7 eintragen oder wenn es das Geschäftskonto ist, ja, den Abschlussbetrag des letzten des Monats 7 eintragen. Dann auf Übernehmen klicken und alles ist gut. Und abschließend möchte ich vielleicht noch für diejenigen anfügen, die einen Datenimport aus der Version 1.9 gemacht haben. Ganz einfach, Ihre Informationen oder Ihre importierten Daten sind jetzt vorhanden, weil wir haben ja zuvor einen Datenimport aus der Version gemacht, aus der 1.9er und für diejenigen, die keinen Import gemacht haben, weil sie die Version ja nicht benutzt haben, haben jetzt natürlich eine leere Datenbank vor sich, einen leeren Artikelstamm, der keine Artikel beinhaltet und Sie müssen dann natürlich im Artikelstamm reingehen, die Ihre Artikel anlegen, natürlich Ihre Warengruppen im Vorfeld definieren oder anlegen, dass Sie sagen Hosen, Festplatten, Monitore, wie auch immer und natürlich die Lieferanten anlegen. Das können Sie aber natürlich auch und das soll jetzt auch der Schlusssatz sein. Ich möchte jetzt nicht zu viel, weil Sie sagen, der labert und labert, ja, ja, ich weiß. Das können Sie aber auch on the fly machen, das heißt, bei der Anlage eines Artikels können Sie einen Lieferanten oder einen fehlenden Lieferanten anlegen oder natürlich eine fehlende Warengruppe on the fly anlegen, die Ihnen dann sofort zur Verfügung steht oder Ihre Einheiten definieren und, und, und. Aber ich möchte mich jetzt hier nicht im Detail verlieren. Ich hoffe, es ist alles soweit klar. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich hier sehr viel, vielleicht manchmal ein bisschen rumgeredet habe, aber ich will ja, dass Sie das bestmöglich verstehen und für Sie keine Fragen offen sind. Deswegen war vielleicht die ein oder andere Wortverzweigung da, aber ich denke, das passt schon so. Bis dann. Tschüss. Ich koze. Ich koze. Ich koze.